Also ich glaube, Spitzenschneiden wäre mal ganz schön. So ein bisschen. Wenn das so weitergeht, wachsen mir die Haare komplett vor die Augen. Heute im RAW Flash wieder vier plus ein Thema. Und zwar einmal geht es um Herrn Blaubeer, nicht Käpt'n Blaubeer, sondern um ein Problem, das Herr Blaubeer hat. Da gehe ich direkt drauf ein. Es gibt Neues von OMD, dem Nachfolger von Olympus. Da wurde jetzt eine sehr interessante Ankündigung gemacht. Es gibt wieder mal ein Patent von Canon. Die sind wirklich wahnsinnig aktiv, was die Patentanmeldung angeht. Und zwar eins, was mit dem Autofokus zu tun hat. Es gibt eine neue Software, Avalanche. Und was die kann, da gehe ich wirklich ganz kurz drauf ein. Und es gibt das neue Nikon Update für die Z-Kameras, die Z6, Z7, Z6-2 und Z7-2. Und da gibt es eine ganz wichtige Neuerung. So, und das gucken wir uns dann an. Ich komme, wie gesagt, als erstes zu Herrn Blaubeer. Dazu folgen die Informationen. Herr Blaubeer trägt seine Aktentasche jeden Tag in seine Wohnung. Von dem Erdgeschoss bis in den ersten Stock ist das ein Höhenunterschied von fünf Metern. Er verrichtet eine Hubarbeit von 275 Joule. Wobei die Masse des Herrn nicht berücksichtigt wird. Bestimme die Masse der Aktentasche. Was können wir daraus über Physiker lernen? Physiker haben keine Waage. Warum stellt man nicht einfach diese Aktentasche auf eine Waage? Dann kennt man die Masse, respektive das Gewicht. Gut, also mal wieder Homeschooling. Und da habe ich auch wirklich eine ganze Weile dran gesessen an der Aufgabe. Ich war früher in der Schule in Physik eine totale Niete. Habe dann doch noch den Weg in die Naturwissenschaften geschafft. Und wenn man es einmal grundsätzlich begriffen hat, das naturwissenschaftliche Prinzip, kann man sich sowas tatsächlich dann plötzlich selber erschließen. Also wir haben die Aufgabe dann gestern gemeinsam mit Sarah dann gut gelöst bekommen. Also falls ihr die Lösung wissen wollt, schickt mir eine E-Mail und ich schreibe euch, ob die richtig ist. So, abgesehen von Herrn Blaubeer, kommen wir zu den kamerabezogenen Dingen. Und zwar die Nachfolgefirma von OM-D hat jetzt angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr eine neue High-End-Kamera auf den Markt bringen wollen. Das ist ein Interview, das der CEO gegeben hat, der von OM-D, also dem Nachfolgeunternehmen der Imaging, der Kamerasparte von Olympus, die ja Anfang des Jahres ausgegliedert wurde, in ein eigenes Unternehmen. Und da war ja so schon so im Allgemeinen die Befürchtung, dass da jetzt nicht mehr viel kommt, dass sie im Prinzip nur noch den Bestand verwalten und gucken, dass sie das letztendlich verkaufen und abwickeln, bis dann nichts mehr zum Verkaufen da ist. Offensichtlich will man wohl aber tatsächlich auch die Kameras und die Kamerasparte weiterentwickeln. Deswegen die Ankündigung, dass es in diesem Jahr eine neue, richtig High-End-mäßige Kamera von OM-D geben werden soll. Das ist ein Interview, das der CEO geführt hat mit einem japanischen Magazin, kann ich nicht lesen. Und deswegen verlasse ich mich in dem Fall auf die Kollegen von Digital Camera World, die das veröffentlicht haben und das auch wohl haben übersetzen lassen. Und ich blende euch mal den unteren Block ein, da steht, im Prinzip stehen die wesentlichen Aussagen. Und im Grunde geht es darum, es soll eine High-End-Kamera geben. Und was genau die Kamera dann können wird, haben die natürlich noch nicht gesagt. Ich kann mir im Prinzip im Wesentlichen zwei Dinge vorstellen. Einmal, dass man den Micro Four Thirds Sensor aufbohrt, beziehungsweise wirklich ernsthaft weiterentwickelt. Vielleicht auch mal weg von den 20 Megapixeln, zu hin zu höheren Auflösungen. Bei dann hoffentlich gleichzeitig unverändert oder besserem Rauschverhalten, denn es ist ja ein Problem, je kleiner der Sensor ist, je kleiner die Pixel, umso stärker fangen die Dinge an zu rauschen, wenn du die ISO-Zahl hochziehst. Und Olympus hat sich auch nicht gerade sehr hervorgetan, wenn es um das Thema Video geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man im Bereich Video auch richtig kräftig was nachlegt. Oder es kommt was, was wir alle gar nicht erwarten. Das wäre natürlich dann besonders interessant. Was es dann sein wird? Ich bin sehr gestritten, gespannt, ob das jetzt nur eine vollmundige Ankündigung war oder ob wir wirklich in diesem Jahr noch eine richtig tolle neue Olympus-Kamera erwarten können. Wäre natürlich ein Traum für all diejenigen, die weiter mit Olympus fotografieren. Unverändert tolle Kameras. Olympus hat immer mit die besten Objektive gebaut. Extrem scharfe, extrem verzeichnungsfreie Objektive. Es wäre wirklich ein Jammer, wenn schon allein deswegen Olympus vom Markt verschwinden würde. Im Übrigen warte ich ja immer noch auf die GH6, ob die auch noch kommt. Vielleicht haben die sich da an der Stelle zusammengetan und entwickelt dann mit Panasonic dann eben einen überarbeiteten, weitgehend verbesserten Micro Four Thirds Sensor. Wir werden sehen. Es gibt ein neues Patent von Canon. Ich habe es gerade gesagt, die sind ja wirklich, die hauen ja momentan die Patente im Dutzend billiger raus. Das ist unfassbar, was Canon momentan an Patenten nachlegt. Und es gibt ein neues Patent, was auf der US-Seite des Patentamtes veröffentlicht wurde. Ich blende euch das jetzt gleich mal parallel ein. Und es ist ein Patent, das beschreibt, wie die Augen den Kamera-Autofokus steuern können. Für Videokameras sollte es sowas schon geben, aber für Fotokameras respektive Hybridkameras ist das wohl neu. Und dieses Patent ist ein sehr langes Patent. Wenn wir auf der Patentseite gucken und was ich besonders schön finde bei dem Patent, wenn man da mal wirklich durchscrollt, diese lustigen Animationen oder besser gesagt Zeichnungen, die die da benutzen, um zu erklären, was und wie dieser augengesteuerte Autofokus, ja, augengesteuerte Autofokus, was der wie können soll. Finde ich sehr spannend. Es ist ja eine Entwicklung, die viele schon sehr lange erwarten, dass man gar nicht mehr irgendwas Touch machen muss, sondern du guckst da hin und der Autofokus setzt automatisch genau auf diesen Punkt, auf dieses Objekt scharf. Das ist natürlich dann für Fotografen, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, natürlich nochmal ein wahnsinniger Gewinn. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gar nicht so lange dauert, dass das wirklich in den kommenden Canon Kameras eingebaut sein oder werden wird. Sofern sich die technische Realisation auch zeitnah verlässlich und gut umsetzen lässt. Also da bin ich sehr gespannt. Und dieser Autofokus soll wohl auch eine gewisse Intelligenz haben, also lernfähig sein. Da wird wahrscheinlich KI natürlich dann auch wieder eine Rolle spielen. Und der soll auch nachhalten, wo der Fotograf hinguckt, vor allen Dingen, wo er häufiger hinguckt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann sogar in Abhängigkeit von dem, was der Fotograf fotografiert, eine Motiverkennung noch dabei ist und dass dann möglicherweise automatisch der Autofokus sich schon selber an die zu erwartende Stelle setzt oder in den Bereich, wo er jetzt aufgrund seines gelernten Wissens weiß, da wird der Fotograf hingucken, denn das wird er gleich fotografieren wollen. Also dass selbst der Augenautofokus eigentlich schon fast gleich da ist, wo der Fotograf dann auch hingucken wird und auch scharf stellen möchte. Das wäre eine sehr sinnvolle Verbindung. Und ich bin wirklich gespannt, wann und in welcher Ausprägung das kommt. Ja, die Avalanche oder Luminar Avalanche, also die Luminar Lawine kommt. Luminar oder besser gesagt Skylum hatte uns ja bereits mit dem Übergang von Luminar 2018 zu Luminar 3 oder eigentlich schon mit Luminar 2018 versprochen, finden wir auf den Webseiten nicht mehr, dass es einen Konverter geben wird von Lightroom zu Luminar. Dass also jeder, der ergänzend oder dann ausschließlich mit Luminar arbeiten möchte, umsteigt von Lightroom zu Luminar, einen Konverter an die Hand bekommt, mit dem man dann die Entwicklungseinstellung Beschnitt und ähnliche Dinge, dass man das automatisiert transformieren lässt in entsprechende Luminar-Dateien, sodass man dann fast nahtlos weiterarbeiten kann mit den Fotos, die man in Lightroom bereits bearbeitet hat. Der ist nie gekommen, zumindest nicht von Skylum. Jetzt gibt es den von einem Hersteller. Der Hersteller heißt Avalanche Lawine und da gucken wir uns gerade mal an, was der aktuell kann. Ist kostenpflichtig und jeder, der sicherlich sehr große Datenbestände hat, insbesondere auch Kataloge, Lightroom-Kataloge und vielleicht wirklich dauerhaft auf Luminar umsteigt oder vielleicht auf eine andere Software, denn die sind dabei, das auch noch für andere Programme weiterzuentwickeln, der wird sicherlich sehr viel Zeit sparen können, wenn er dann eine mehr oder weniger 1 zu 1 Umsetzung der Entwicklungen und der Dateien auf seinem neuen oder in seiner neuen Bildbearbeitungssoftware hat und dann nicht wieder alles von vorne machen muss, sofern man an bereits entwickelte, bereits bearbeitete Fotos überhaupt noch mal dran möchte. Und den Bedarf hat sicherlich jeder von uns mal mehr, mal weniger. Gucken wir uns gerade mal die Seite an und wir können sehen, es gibt Avalanche für Lightroom und für Luminar und es gibt eine Unlimited Version, also eine Version, die alle verfügbaren Konverter hin und her beinhaltet. Und der Luminar-Konverter ist in der Lage von Apple Aperture in Lightroom und die Luminar-Kataloge zu konvertieren und für Luminar eben auch aus Aperture und aus Lightroom in Luminar zu konvertieren und zwar in Luminar 4 und in oder wahlweise in Luminar AI. Und was in der Entwicklung ist aber noch nicht fertig, aber das wird kommen, ist auch eine Konvertierung für die Dateien-Kataloge mit Capture One. Also für all diejenigen, die da den Bedarf haben, ist das sicherlich eine sehr willkommene Geschichte, wenn man natürlich bereit ist, das Geld an der Stelle zu bezahlen. Wie gut das Produkt arbeitet, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt glaube ich auch da eine 30-Tage-Testversion, wäre auf jeden Fall für diejenigen von euch, die den Bedarf haben, durchaus mal einen Blick wert. Und der letzte Punkt, Nikon hat das schon vor einiger Zeit angekündigte Update für seine aktuellen Z-Kameras, die Vollformat-Z-Kameras jetzt auf dem Markt, das Firmware-Upgrade 3.2 und das liefert im Wesentlichen die Möglichkeit, wenn ihr das kostenpflichtige RAW-Update schon habt, also dass ihr mit den Nikon Z-Kameras im RAW-Format aufnehmen könnt, dann konnte man ja bis dato nur mit ProRes RAW aufzeichnen, mit dem Atomos Ninja V. Und jetzt besteht mit dem Update auch die Möglichkeit, mit dem Blackmagic Video Assist-Recorder, den 5 Zoll und dem 7 Zoll 12G irgendwas, HDR-Recorder, auch im Blackmagic RAW-Format aufzuzeichnen. Und zwar, und das ist auch weiterhin sehr angenehm von Nikon, denn das war eine Firmware-Upgrade-Politik, die war in der Vergangenheit sehr restriktiv. Das kommt jetzt nicht nur für die Z6 II und die Z7 II, auch die Z6 und die Z7 werden dieses Update bekommen, sodass auch die dann mit dem Blackmagic RAW-Recorder im RAW-Format aufzeichnen können. Die Z6 im Übrigen kriegt auch das versprochene Update auf 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, was ja die Z7 schon kann. Ich habe das gestern mal für ein anderes Video erstmalig ausprobiert, funktioniert super. Und ich habe das wirklich nur intern aufgezeichnet und was die Nikon-Kameras wirklich gut können, ist also die Farbgebung, ist wirklich sehr neutral, sehr natürlich. Das hat mir bei Nikon von jeher gefallen und gerade wenn man jetzt dann intern aufzeichnet, kein großes Brim-Raborium machen will für einfache Videosequenzen, ist das schon sehr angenehm. Dann kann man sogar mit dem MP4-Format beispielsweise schon schön anmutende, von der Farbgebung anmutende Videos produzieren und ja wie gesagt mit der Z7 II dann auch schon in 4K und mit einem sehr geringen Crop-Faktor. Das ist ja wohl der große Nachteil für mich bei der Z6 II. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Also, alle die eine Nikon-Kamera haben, Z6 oder Z7 und oder auch mit der Z2, ihr könnt jetzt, wenn ihr das wollt, auch in Blackmagic RAW aufzeichnen.